Montage ist aber drin. Alles in Ordnung. Das Blöde an wen ich besitze, ist man es ständig am Waschen. Entschuldigung, es ist eine Heizungsrohrbruch in der Wohnung. Über ihrer. Interessantes Lebenskonzept. Heizungsrohrbruch? Brauchst was zum Schlafen? Danke, ich bin untergekommen. Die Nachwarn sind sehr freundlich. Kann ich in der Nacht bleiben? Raus aus meiner Wohnung! Kriegst ein Leben nicht in den Griff? Für eine Nacht. Und nichts anfassen. So schwer ist das doch nicht. Einen Container bestellen, ausmisten. Sind wir schon ein altes Ehepaar? Du schmeißt heimlich Sachen weg und ich hole sie dann wieder aus dem Müll? Lass uns los! Nein! Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Und die Bedingung, dass du da wohnen kannst, ist, dass du mir hilfst. Keine weg, oder? Nee, die brauche ich noch. Ich habe Mitleid mit Dingen. Ich kann die noch verschenken an einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Sei doch mutig. Wirf doch einfach alles weg, ohne nachzudenken. Ja, wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut, ja. Lassen Sie doch einen Heizkörper in ihr Leben. Und wie ist das Leben so, wenn man alles, was man hat, in einen Rucksack stecken kann? Es ist leicht. Es ist alles in Ordnung. Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Na ja, Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen in der anderen Hälfte. 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 Hälfte.